Nun am heiligen Abend ist Liebe auf der Welt, Nun am heiligen Abend ist Liebe auf der Welt. Guten Morgen, Herr Nowak. Guten Morgen, Frau den Wollasch. Na, wie geht's Ihnen heute? Oh, ich bin bereit für Millionen Kunden. Schön. Ach ja, nur noch zwölf Tage. La, 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 la. Nur noch zwölf Tage, nur noch zwölf Tage. Gange nur, um Geschenke einzukaufen. Das sind die Leute, die zweitig gehen, zweitig gehen, größtetig gehen. Das sind die Leute, die ohne Hass so ganz gemütlich schlendern. Nur noch zwölf Tage, nur noch zwölf Tage. Gange nur, um Geschenke einzukaufen. Sie werden freundlich und immer nett, auch noch beim Fest. Und wenn man sie so hinein, dann wünscht man ihnen auch die Fest. Danke, danke, schauen Sie bald wieder herein. Danke. Das war ein Tag, Wasser, Nowak. Das kann man wohl sagen, Frau den Wollasch. Ach, und vielen Dank für Schuld und Sühne. Ein großartiges Buch. Könnten wir uns bei Gelegenheit nicht darüber austauschen? Aber natürlich. Vielleicht heute schon. Auf dem Weg zur Straßenbahn. Sehr gerne, Herr Nowak. Zwölf Trommel schlagen. Zwölf Trommel schlagen. Doch nur im Röckchen klingen. Nur im Röckchen klingen. Zehn Hirten hüten neun. Nur noch mal Tage, nur noch mal Tage. Immer noch Zeit, Geschenke einzukaufen. Das sind die Leute, die zweitig gehen, zweitig gehen, größtig gehen. Ziel, Befahndung und Kündigkeit verstehen es zum Planen. Nur noch mal Tage, nur noch mal Tage. Immer noch Zeit, Geschenke einzukaufen. Das sind die Leute, die Zeit und Geld und mit Geschmack. Das sind die Leute, die zeitig gehen, zweitig gehen, zweitig gehen. Danke, danke, schauen Sie bald wieder herein. Danke. Oh, Fräulein Bollasch, haben Sie es heute sehr eilig? Aber nein, gar nicht. Schön. Oh, ich dachte, wir könnten vielleicht noch eine Melange trinken auf dem Weg zur Straßenbahn. Es wäre mir eine Freude, Herr Nowak. Acht, Kratzen, Brennen, Sieben, Schwäne, Schwimmen, Sechs, Tänze, Liegen. Fünf, Freude, nee. Nur noch vier Tage, nur noch vier Tage. Kann uns zwei Geschenke einzukaufen. Das sind die Leute, die zweitig gehen, die gerade noch in der Rest, die nicht gehen. Das sind die Leute, die ganz genau die Reik- und Reik- und Polieren. Nur noch vier Tage, nur noch vier Tage. Keine Sekunden können Sie verschwenden. Warten, ich kenne Sie durch die Stadt, schnell wieder mit. Sie werden niemals zufrieden sein, weil Sie die Schlimmste sind. Danke, danke, schauen Sie bald wieder ein, danke. Oh, was für ein Tag. Warten Sie nur bis morgen. Morgen? Heiliger Abend. Heiliger Abend. Morgen ist Freitag, morgen ist Freitag, Sie sind die Leute, die Schenke einzukaufen. Bis Sie sind die Leute, die Zeit zu gehen. Sie sind die Leute, die Zeit zu gehen. Oh, sie sind die Leute, die Zeit zu gehen. Zeit zu gehen, die Zeit zu gehen. Wir warten noch nicht, dass es nicht mehr geht. Und dann ist es nicht mehr. Oh, morgen ist Freitag, morgen ist Freitag, gute Zeit geschenkt, die Einzelkaufen. Mein Gott, sehr, 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 sehr. Mein Gott, sehr, 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 sehr. Danke, danke, schau uns in Mark, die da ein Land, danke. Danke, schau uns in Mark.